Ich bin bereit für die Rückkehr nach Tamriel. Kehrt jetzt nach Nihon zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sogarde herbeiruft. Das ist doch schon mal sehr cool. Ruf der Tapferkeit. Sehr cool. Patonax? Nicht nur Patonax. Ähm. Hallo? Wow. Wenn ich euch verstehen würde, wäre alles super. Aber ich glaube, ihr verehrt mich gerade oder sowas in der Richtung. Das wusste ich nicht mehr. Das wusste ich nicht mehr. Okay, können wir mit dir reden? Patonax? Du bist gar nicht Patonax, oder? Du bist gar nicht Patonax, Entschuldigung. Bist du Patonax? Nein. Wo ist Patonax? Okay, ich muss hier warten. Im Drachennest. Ich denke nicht, dass sie mich angreifen werden, weil dann bin ich tot. Ich bin so dermaßen aus der Übung. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt gespielt habe. Also einen Monat ist es mindestens schon her. Glaube ich. Und von daher hoffe ich mal, dass ihr mir freundlich gesonnen seid. Genau. Und jetzt... Das ist doch Patonax. Ich wusste es. Ah, jetzt. Es hört sich nicht so an, als wäre er darüber sehr glücklich. Aber, naja gut, ist klar, ne? Es ist immerhin noch sein Bruder. Ähm... Alduin hat sich das selbst eingebrockt. Ja, das stimmt. In der Tat. Alduin Wachlan Danii. Sein Untergang war besiegelt, als er die Macht für sich beanspruchte, die rechtmäßig Bormacho zusteht. Ja, genau das dachte ich mir. Ist verständlich in meinen Augen. Ja, mein Bruder. Diese Welt wird nur wieder dieselbe sein. Hm. Die Welt ist ohne Alduin ein besserer Ort. Vielleicht. Auf jeden Fall wird sie fortbestehen. Ja, und das war mein Ziel. Denn wir wollen ja noch weiter fleißig Abenteuer hier in Skyrim erleben. Muss ich die nächste Welt um sich selbst kümmern. Full nie los. Selbst ich kann nicht über das Ende der Zeit hinaussehen. Aber ich vergesse mich. Crosses. Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle. In die ein Dora nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zahrot Krongrach. Zahrot Krongrach. Der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen hat. Genießt euren Triumph, Dorvakin. Ja, wir gehen erst mal in Saufen gleich, ne? Das war das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Na, das denke ich doch mal. Hoffe ich zumindest. Gut, dann haben wir Pardunax auch noch verjüngt. Sie sind jetzt durch die Saal verstreut. Ohne Aldoids Herrschaft, beugen sie sich vielleicht der Vasen, der Rechtmäßigkeit meines Tunen. Okay. Ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Tschüss. Und ich hab dich nicht getötet. Werde ich auch nicht machen. Lebt wohl, Pardunax, falls du es bist. Ihr seht alle so gleich aus. Okay, kreisen die jetzt hier für ihr Leben lang? Ne, es sieht schon deutlich leerer aus. Okay. Oh wow. Oh wow. Ach, oder wie? Ah, du bist auch noch da, mein Kumpel. Ich bin der Wundene, Wawut Gay. Ich wünsche dem Alten bei seinem Auftrag viel Glück. Doch ich bezweifle, dass viele den Wunsch hegen, Aldoids Herrschaft für die Tyrannei von Pardunax Weg der Stimme aufzugeben. Was mich betrifft, so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen. Turi Dovakin, ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an. Sehr gut. Su, Oderwing, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Dann haben wir jetzt also einen Drachenverbündeten und deine Schnauze bewegt sich etwas sehr komisch eben. Wunderbar, haben wir noch mehr Drachenfreunde, die auftauchen wollen? Aluin? Irgendwo? Nein? Okay, dann können wir doch jetzt endlich hier verschwinden, oder? Ähm. Ich weiß eigentlich noch gar nicht so genau, was wir machen wollen. Jetzt demnächst. Aber ich möchte erstmal noch das normale Skyrim ein bisschen auskosten. Wir haben ja da zum einen noch zwei interessante Quests in Form von Diebesgilde und Dunkle Bruderschaft. Soweit ich weiß, vielleicht habe ich das auch schon gemacht. Das Let's Play geht einfach zu lang, wenn man die vorherigen Staffeln alle noch mitzählt. Ähm. Und dann haben wir auf jeden Fall noch den Bürgerkrieg. Ich würde sagen, wir kümmern uns als erstes mal um die Diebesgilde, um wieder ein bisschen runterzukommen von der Action und so weiter. Und dazu müssen wir erstmal nach Rifthorn reisen. Zudem, ja, man weiß ja nicht, was sich jetzt so in letzter Zeit hier in dieser Welt geändert hat. Vielleicht treffen wir auf ganz neue Kreaturen. Hm. Wer weiß das schon? Bitte helft mir. Ich werde meine Arbeit bei der Fischerei von Rifthorn verlieren. Du. Ich brauche wirklich eure Hilfe. Ich will meine Arbeit. Warum könntet ihr eure Anstellung verlieren? Deine Anstellung bei der Fischerei von Rifthorn ist in Gefahr. Bully, der Eigentümer, machte mir klar, dass ich raus bin, wenn ich noch einmal in diesem Zustand zur Arbeit komme. In welchem Zustand denn? Ich will mir das nicht antun, aber ich kann nicht anders. Vor einem Jahr habe ich Skoma zu mir zu verliehen. Eine Säuferin also, so ist das. Zudem kann ich nicht mehr damit aufhören. Ja, das kenne ich. Geht mir mit den Let's Plays ganz ähnlich. Wenn ihr einen Heiltrank für mich hättet, könnte ich meinen Körper von diesem Gift reinigen und in mein Leben zurückkehren. Äh, einen Heiltrank? Na klar, sicher. Bitteschön. Ich werde euch eure Güte nie vergessen. Ja, du schnauerst wahrscheinlich überall so, oder? Nehmt das. Mehr kann ich euch für euer Geschenk leider nicht geben. Oh, was denn? Goldene Asmaragdring. Oh, ich glaube, das ist... Das ist ein bisschen besser sogar noch, oder? Bringt zumindest ein bisschen mehr Kohle rein. Oh, was? Wir sollen... Wieso sollen wir denn zu dir? Was haben wir denn jetzt hier für eine Quest gerade? Verschiedenes. Identifiziere den Skoma-Händler von Rifton. Okay. Dann wartet nochmal kurz. Es ist unsere liebste Begleitung. Woher bekommt ihr euer Skoma? Ich denke nicht, dass ich euch das sagen sollte. Ich meine, die könnten mich umbringen. Richtig, aber ich könnte sie noch zuvor umbringen. Ihr schuldet mir was. Gut, gut. Ich sage es euch. Ja, sehr gut. Ich bekomme mein Skoma von Sartes Idrin. Er hat sich drüben im Lagerhaus von Rifton eingerichtet. Okay. Aber da werdet ihr nicht reinkommen. Seit Kriegsbeginn haben die das Lagerhaus verbarrikadiert. Wir finden schon einen Weg. Keine Sorge. Ähm, wer hat seinen Schlüssel... Oder wer hat einen Schlüssel für das Lagerhaus? Ich habe gehört, wie Boli gesagt hat, dass nur der Jarl den Schlüssel... Jarl, stehen wir mit dem schon gut? Ich glaube, noch nicht gut genug. Hm. Wenn ich mich dort mit Sartes treffe, erwartet er mich normalerweise draußen. Boah, redest du langsam. Seht zu. Ähm. Okay. Er war sehr freundlich. Ich danke euch. Zeige... Achso, wir können jetzt anzeigen gehen. Ja, ich gehe petzen. Jarl. Jarl, Jarl. Keine Ahnung, wie du heißt. Ach, stimmt. Hier ist... Nein. Hier ist jetzt Maven Schwarzdawn, oder? Die ist doch jetzt durch... Durch die Verhandlungen... Ist sie doch jetzt ideal geworden, oder? Oh Gott, nein. Nein, das ist... Äh, ja. Das war der Tempel von Mara. Ich bin ein wenig verplant wohl gerade im Moment. Bin auch noch ein bisschen krank. So, jetzt... Mal sehen, ob mir noch mehr Ausreden einfallen. Eigentlich bin ich schon eine einzige Ausrede. Festung Nebelschleier. Hier sind wir richtig. Mal sehen, ob meine Richtung... Ja. Meine Vermutung ist richtig. Maven Schwarzdawn ist jetzt hier. Oh. Was geht da schon wieder ab? Die zöpfen immer hier überwaffen. Termin? Nein. Ging es um eine Lieferung? Oh Gott, Maven Schwarzdawn, die hasse ich. Überverdienste im Kampf gewähre ich euch hiermit die Erlaubnis, in Rifton Eigentum zu erwerben. Oh, wunderbar. Wir können das jetzt. Die große teuflische Bedrohung ist besiegt. Oh, ich weiß sogar von zwei Sachen. Okay. Ich habe erst mal einen Skoma-Händler in Rifton entdeckt. Ah ja, Sartis. Er ist mir schon seit ein paar Jahren ein Dorn im Auge. Okay. Ich habe mehrmals versucht, diesen Wichtigtuer aus dem Weg zu schaffen, aber er hat Spione in der Stadtwache. Entwischt uns jedes Mal, wenn wir sein Lager durchsuchen. Okay, also wird das wohl meine neue Aufgabe sein. Nun, sagen wir einfach, es würde viel dazu beitragen, meine Gunst zu gewinnen. Okay. Wahrscheinlich sollten wir dich lieber nicht als Feindin haben. Ich mache das. Gut. Hier. Nehmt den Schlüssel zum Lager. Okay, das klingt aber interessant, oder? Er macht einen guten alten Sartis und sagt ihm, Maven lasse ihn grüßen. Ja? Ja, ja, mache ich, mache ich. Und dann weiß ich auch noch was von der Verschwörung, dass jemand Frost stehlen möchte. Frost war, glaube ich, ein Pferd oder so. Irgendwas war da. Ihr braucht gar nicht weiterzureden. Sibi und Louis Letrouge? Nun, Sibi ist im Kaker und Letrouge kann es gerne versuchen. Gegen meine Leute wird er nicht ankommen. Wenn du meinst. Ähm. Ach so. Oh. Ah. Oh. Äh. Ach so. Ich, äh. Ich sollte das Pferd stehlen. Wollen wir den jetzt verpetzen? Okay, verpetzen wir ihn. Oh, eigentlich, wenn wir schon beim Petzen sind, ne? Oh, eigentlich will Letrouge, dass ich das Pferd stehle. Wirklich? Das ist ja interessant. Ja, das finde ich auch. Dann solltet ihr wissen, dass Louis und ich alte Bekannte sind. Alte Bekannte? Wisst ihr was? Tut zunächst, was er verlangt. Ich behalte euch beide im Auge. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich die Sache mit Louis regeln. Okay. Ihr wart ein guter Freund. Also tun wir so, als würden wir ihm helfen und verraten ihn eigentlich. Das ist sozial, aber genau das wird uns wahrscheinlich auch hier in der Liebesgilde erwarten, ne? Wenn wir jetzt bald der Liebesgilde beitreten. Könnt ihr nicht vielleicht mein Schwert zu haben? Ähm. Mit der stumpfen alten Klinge kann man nicht mal mehr runterstrecken. Okay, du hast mir nichts zu sagen. Dann wieder raus nach Rifton. Gut. Das ging jetzt schnell. Und dann zum Lagerhaus, ja? Erstmal gucken, welche der Quests wir überhaupt jetzt markiert haben. Oder ob wir beide haben. Betritt das Lagerhaus? Okay, das scheint das einzige zu sein. Dann suchen wir mal schnell das Lagerhaus. Oh, ich glaube, das ist schon ganz in der Nähe. Oh, hier vorne schon gleich. Oh, gleich neben der Schmiede? Nee, du bist Balimund. Du bist ein netter Kerl. Aber ich muss hier raus? Muss ich echt hier raus? Wo ist denn das Lagerhaus? Ähm. Okay, aber es sieht so aus, als wenn ich raus muss. Na gut. Okay, wow. Ja, hier greifen viele Drachen an. Mein Gott. Jetzt wundert euch nicht jedes Mal darüber. Ja, wir sind immer noch in Sicht. Naja, gut. Mal gucken, ob... Also, es sieht so aus, als wenn Licht brennt, ne? Dann wollen wir mal aufschließen und reingucken. Oh Gott, er sieht uns jeden Moment. Urinidral ist das. Ich glaube, den müssen wir schon mal töten. Gleich hat er uns. Aber extrem gut, wie lange wir versteckt geblieben sind. Nun, ich kann schon wieder nicht schießen. Es funktioniert schon wieder nicht, grad. Mensch. Meine Güte. Kann ich jetzt vielleicht irgendwas machen? Schwerter beschwören? Ja, das funktioniert. Mehr oder weniger. Hier. Irgendwas funktioniert hier grad nicht so, wie es soll. Lässt du jetzt wohl den Ketus in Ruhe? Verdammt nochmal. Komm schon. Oh Gott, ich glaube, ich habe den Ketus zu oft angegriffen. Sehr gut. War das nötig? Können wir den Kopf mitnehmen? Dann können wir den gleich vor die Füße legen. Schlüssel von Sartis. Und ja. Das war's schon. Das war's schon. Ich habe da jetzt ein bisschen mehr erwartet. Die hatten Namen. Ich dachte, die wären jetzt mega stark. Oder hier würden noch 10 Millionen Leute auf uns warten. Aber man kann ja mal gucken, was hier zumindest so rumliegt. Beschädigte Bücher bloß. Hm. Okay. Lass mich mal durch. Was ist hier unten noch so? Also irgendwie nichts Interessantes. Achso, ich muss noch weiter. War das noch gar nicht Sartis? Könnte auch sein, dass es noch gar nicht Sartis war. Dann nehmen wir mal den Bogen wieder. Wir haben keine Pfeile, richtig? Wir haben keine Pfeile. Deswegen konnte ich... Aha. Das Spiel war gar nicht schuld. Sondern ich war bloß wieder zu doof. Alles klar. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir das ganze Lagerhaus anzünden. Aber was soll's. Hallo? Hallo? Schlüssel erforderlich. Ah, okay. Okay, hier ist doch niemand mehr. Sartis Beutel. Lieferung steht bereit. Dietrich Gold. Noch irgendwas? Was muss ich noch nehmen? Skoma? Nein. Hä? Was soll? Okay, wir gucken noch mal in der Quest nach, was ich überhaupt tun soll. Beschaffe in... Achso, okay. Dann muss ich das jetzt wahrscheinlich einfach nur lesen. Nehme ich mal an. Ähm... Und jetzt habe ich einfach Skoma geklaut. Wie kann ich nur? Wie kann ich nur? Schriftrollen wird es wahrscheinlich nicht sein, sondern bei Bücher. Sartis. Ich habe gerade eine Lieferung Mondzucker aus Morrowind erhalten. Äh, wir raffinieren ihn gerade und der Skoma sollte fertig sein. Wenn ihr zur Fest-Drinnen-Höhle kommt, bringt das Gold mit oder lasst euch gar nicht erst blicken. Kill Nier. Okay, dann pack das Ganze mal wieder weg. Berichte dem Jarl von Rifthorn, wo das Skoma herkommt. Was? Okay, dann gehen wir jetzt kurz zum Jarl. Sartis Idrin wird euch keine Probleme mehr bereiten. Taten sprechen deutlicher als Worte, wie ihr soeben bewiesen habt. Exakt. Konntet ihr zufällig feststellen, woher dieser Mistkerl seinen Skoma bezogen hat? Ich habe zumindest ein paar Informationen. Sie sind in der Fels-Rinnenhöhle. Dann will ich, dass ihr sofort aufbrecht und sie alle aus dem Weg räumt. Mach ich. Ich kann es mir nicht leisten, einen weiteren Sartis nach Rifthorn stolpern zu lassen, weil er uns für zu faul hält, ihrem armseligen Geschäft einen Riegel vorzuschieben. Alles klar. Wenn ihr diese Aufgabe für mich erledigt, erwartet euch schon bald einen Titel in Rifthorn. Wow, sehr cool. Ich kümmere mich darum, dass es erledigt wird. Sorgt dafür, dass keiner von ihnen lebend entkommt. Alles klar. So, wo müssen wir denn jetzt genau hin? Mal gucken, hier hin. Fels-Rinnenhöhle. Okay, dann reisen wir erstmal zu Shorts Stein. Gut, da wären wir. Eine kleine Reise haben wir noch vor uns. Ein paar Schritte. Oh, konnte ich eben nicht über das Huhn laufen. Sieht ganz so aus. Haben wir auch die richtige Quest markiert? Ja, doch. Wir hatten ja eben schon auf der Karte nachgeguckt. Das muss also hier irgendwo liegen. Mal sehen, ob wir es dann auch finden. Doch, schon ein bisschen weiterer Weg, als ich dachte. Ich dachte, das wäre sofort hier in der Nähe. Wir müssen laufen und laufen und es kommt einfach nicht näher und es kommt mir ziemlich verdächtig vor. Ich gucke auf die Karte. Okay, alles richtig. Alles richtig. So viel zu Verdacht. Wir könnten übrigens mal einfach so die Heilung in die Hand nehmen. Dann können wir nämlich auch unsere Ausdauer mal schnell heilen. Und dadurch können wir eben gleich wieder sprinten und kommen dem Ziel vielleicht entscheidend näher. Oh, ein umgestürzter Karren. Oh. Ein Bär. Ach, wie niedlich. Keine Ahnung, ob die für uns noch eine Gefahr waren. Oh ja. Auf jeden Fall sind sie nicht so schwach, wie man denken könnte. Okay, jetzt nehme ich dann meine richtigen Waffen und unerbittliche Macht vielleicht noch. So, bitteschön. Wo bist denn du hingeflogen, Bärchen? Hier bist du. Komm, dann kriegst du hiervon noch ein paar Schläge. Mit einer Waffe kriegen wir dich auch fertig. So viel Schaden machst du nicht mehr. So viel Schaden machst du nicht mehr. Elfenfall, Bärenklauen. Wunderbar. Weiter geht's mit uns. Weiter geht's mit uns. So. Wir sind ja jetzt... Boah, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, das wäre ein Feind, den wir überhaupt nicht mitbekommen haben. Okay, wir sind gleich da. Waffen können wir mal wegstecken. Dann läuft man nämlich angeblich noch ein bisschen schneller. Jetzt wird uns zumindest die Höhle schon mal angezeigt. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Gib mir das Bling, Bling. Bumm, bumm. Ja, das Bling, Bling, Bumm, Bumm. Okay, hier irgendwo muss sie sein. Diese verdammte Höhle. Irgendwo macht es gleich Bumm. Und dann erschrecken wir uns nicht. Ich höre Wölfe. Oh, Banditenwolf. Oh, cool. Ach man, ist das schade, dass wir keine Dings mehr haben. Keine Pfeile. Auch voll daneben. Wie fühlt sich das ab? Türsteher. Nett. Netter Türsteher. Kommen die Wölfe jetzt hier hoch? Ich glaube, damit habe ich auch kein Problem. Auf die Käfige rauf. Wölfchens? Wollt ihr noch kämpfen oder nicht? Ihr kleinen Feigen, Biest da. Hops. Hops. Was ist das? Ich könnte das aufschließen. Wäre ja auch zumindest mal ein bisschen Training, oder? Bei 42 Dietrichen ist das in Ordnung. Hops. Es tut mir leid. So, wir kriegen das jetzt hin, wenn wir die richtige Stelle finden würden. Wir müssen jetzt schon mal üben für die Diebesgilde, die jetzt unser nächstes Ziel sein wird. Es sei denn natürlich, ihr wollt die Dunkle Bruderschaft als erstes sehen. Dann schreibt es einfach in die Kommentare. Noch haben wir ja nicht angefangen. Mensch. Ich bin etwas aus der Übung, habe ich das Gefühl. Aber es ist auch Meister. Ah, hier oben. Okay. Wir werden ein paar Dietriche brauchen. Aber ich glaube, wir steigen auch nochmal dadurch eine Stufe in Schlossknacken auf. Und dadurch auch nochmal eine Gesamtstufe. Sehr gut. Komm. Jawohl. Und? Jawohl. Sehr cool. Neue Stufe. Okay, dann komm. Machen wir die auch nochmal schnell. Ein paar Dietriche sind draufgegangen. Aber nochmal. Schlossknacken verbessert. Sehr gut. Das lohnt sich doch immerhin ein bisschen. Wir könnten jetzt auch hier eine neue Stufe aufsteigen. Ich denke, das machen wir auch mal. Ähm. Magiker, Gesundheit oder Ausdauer? Ähm. Hm. Hm. Ich tendiere zu Magiker oder tatsächlich mal wieder ein bisschen zu Ausdauer. Weil wir dann auch mit dem Pfeil in Zeitlupe wieder ein bisschen besser schießen können. Hm. Nehmen wir Ausdauer. Und dann könnten wir ein Talent verbessern. Beschwörung ist schon auf 96. Und ähm. Leichte Rüstung 85. Schießkunst 89 schon. Also das sieht gut aus. Überspannen. Okay. Machen wir einfach nochmal. Dann wirken Bögen jetzt nochmal mehr Schaden. Und dann gucken wir mal. Was sich in dieser Höhle verbirgt. Und zwar machen wir das im nächsten Part. Da stellen wir hier diese, diese, diese Skoma-Händler. Die hier unsere kleine Agonierin süchtig gemacht haben. Das darf man nicht. Das darf man nicht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Und tschüss. Bis dahin. Vielen Dank.